Speak your piece, man, but you make it queer Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von GoldenBuddy Personal Training. Jetzt, als wir diese 100 Burpees gemacht haben, können wir doch auch 100 Bauchübungen machen. Ist so! Darum machen wir heute genau das gleiche Prinzip wie beim Burpees Video. Wir machen 100 Stück, wir machen immer 10 aufs Mal, es sind aber nur 5 Übungen. Das heisst, wir machen 10x5 und nachher noch 10x5. Okay, alles verstanden? Ich zeige euch die erste Übung, die wir 10x machen. Ihr seht so aus. Ihr seid gestreckt liegen. Wir nehmen ein Bein hoch und kommen mit den Arm auf dieser Seite hoch. Das andere Bein liegt am Boden. Wir kommen wieder tief, andere Seite. Tief, andere Seite. Schaut euch bitte, bei all diesen Bauchübungen, was wir machen wollen. Das sollten wir ausstimmen. Gut, fertig. Wir fangen an. Die ersten 10 mit den Holungen. Und... Los! 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 Los ... Los! Los! Los ... Los You! Los! 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 Ihr werdet mit dem Oberkörper keine Bewegung machen, sondern nur mit den Beinen. Ich zeige euch die Version, die am besten geht. Und zwar, könnt ihr mit den Beinen hoch und mit den Ehren etwas hinteren und mit den Beinen für runter. Wir kommen hoch, runter, hoch, runter. Das ist die einzige Übung, die wir machen. Nur die Beine, die am besten stehen bleiben. Wir gehen auf die Zähne der Koline und los. Und die Wäste. Gut. Sehr gut. Die nächste, die wir haben, machen wir in der Kleine Position. Ich glaube, der richtige Ausdruck ist entweder Salamander. Ich sage einen Hund, der einen Baum an der Seite. Aber nennen wir Salamander. Sie stehen besser. Also, wir gehen in die Kleine Position. Wir kommen mit dem Knie seitwärts hin. Und die andere Seite. Also einfach das Knie zum Knie führen. Wir fangen gerade jetzt an mit Zähneinholungen. Und los. Sehr gut. Es ist schon wieder recht heiss. Also. Die nächste ist wieder Fülle. Wir liegen gestreckt. Und wir machen das Klappmesser. Das heisst, wir probieren mit den Händen die Zähne zu berühren. Ich zeige euch eine vor. Wir kommen gleichzeitig hoch. Und wieder langsam runter. Gut. Es wird wahrscheinlich nicht die andere so gut gehen. Wenn es nicht geht, legen die Beine einfach den Bogen hoch. Das sieht dann etwa so aus. Gut. Also. Wir starten. Zähneinholungen. Und los. Und los. und los. Zwei. Spürt ihr den Bauch? Ich schon. Dann noch die letzte, also die letzte von der ersten Runde. Wir haben die Beine gestreckt, die Arme könnt ihr so etwas angewinkelt neben dem Körper haben. Und zwar können wir das mal wie so ein kleiner Sprint erstellen. Das sieht so aus. Ich komme mit dem einen Bein hoch und mit den Beinen Händen runter. Gut, wir starten mit 10 Erholungen, dann haben wir schon die ersten 50. Und los! Nicht vergessen, die Augen aus. Und jetzt! Gut! So, wir machen weiter. Mit dem, was wir angefangen haben, 1-2 Uhr. Mit den Armen kommen wir zur Seite. Es ist total normal, wenn der Bauch brennt. Probieren Sie es einfach so gut wie möglich. Und jetzt auch hier die Beine anwinkeln. Und los! Und los! Und los! Gut! Gut! 2-3 Mal tief Atmen. Sitzt hier unten, oben die Körper etwas nach hinten. Dann nehmen wir die Beine gestreckt. Und runter und runter. Gut! Und wir fahren los! Los! Und los! Dane! 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 Und macht den Salomander, Lime-Position und vorne mit den Knie, los! Hey, wir haben schon 80, noch die letzten 20. Gut, das Klappmesser. Gestresst liegen, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so schön auszählen. In der ersten Runde ist es aber total in Ordnung. Und wir starten. Los! Und Lenschen! Gut! Jetzt ist es, wenn die Lenschen darst, wird das steig. Nachwinklet, Uhr, Elm auf. Und los. Die allerletzte. Sehen wir. Das war die Hüeyeyeyey. So. Das waren die 100 Bauchübungen. Ich bin sehr stolz. Wir haben es zusammen gemacht. Ich habe es geschafft. Danke vielmals fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Video. Gute Zeit. Tschüss.